Ja, dann komm mal rein hier, ne? Auf dich hab ich doch schon gewartet. Jetzt zeigen wir erstmal, was Karussel verreißt, joo. Leute, die gibt's so. Die gibt's gar nicht. Es ist noch alles da und drüber. Es geht los. Finger aus dem Mund und dann geht's rund, joo. Hast du schon Schiss? Deine Freundin auch? Ne, die nicht, ne? Blondie kriegt das hin. Yes, baby. Und dann geht's ab hier. Linken bloß hier, mein Schätzchen. Ab hier die Maschine. Immer tief Luft holen. Attacke. Wer kotzt, der putzt. So sieht's aus hier bei uns. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Du schaffst das. Mit be~! Ja, 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 ja. Jawohl. Sky Couture. Anders als die anderen, Leute. Zum ersten Mal für euch im Nürnberg. Heute halbe Preise, so günstig, kommt ihr in die Karre nicht mehr an. PSB Gase frei. Na, alles noch fit in der Birne, alles noch klein im Gehirnkasten. Wollt ihr noch mehr? Wollt ihr noch mehr? Wollt ihr noch mehr? Ah, ihr Nürnberger, ihr seid ganz schön nahm unterwegs, was ist los mit euch? Ich will euch toben hören. Wollt ihr noch mehr? Ja. Ah, geht so eben. So eben. Komm, wir machen noch eine. Schön Sieger in Berlin und mal los, wir wollen uns mal da. Ha? Wollt ihr hier in Hollywood oder was? Ja. Hab ich schon gedacht, du bist... Hab ich schon gedacht, du bist entflügt worden, Junge. No, 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 no. No, 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 no. 20 Minuten Späßle gemacht Jetzt sind wir wieder richtig wichtig Neue Reise Neue Reise Neue Reise Ja, jetzt hast du einen Vorteil, ne? Du kannst dir sogar aussuchen, ob du bei mir fahren willst oder bei dem anderen Ja, überleg mal